so habt ihr es die rechte würde ich auch nehmen vor allem das ist halt genau das was ich jetzt schon habe es nur die verbesserte version weil ich spiele mit revolver ich auch habe es mir egal du spielst mit pistolen oder ja das ist das gleiche ja von der munition halt aber von der spielweise nicht mir egal du kannst du nehmen tja pech so ein assi kann den anderen nehmen können sie eh noch nicht verwenden vielleicht finden wir ja noch was besseres können ja auch noch tauschen im schlimmsten fall ja also ich sehe jetzt auch nichts mehr ein bisschen geld martin ist ja wieder ein bisschen auf der gründungstour müssen wir gucken was geht und so ja der macht wieder essence creed hier martin wow 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 fährst du gerade um wohin wollt ihr ihr werdet doch eine mission angezeigt oder wir haben den assassinen noch nicht getötet ach so geht es noch mal wieder zurück sorry dann müssen wir da rein mit einem stolum leger müssen wir ihn also jeder nimmt eine pistole rein aber ich habe keine pistole ach doch mal fabi ich geh doch nur rein nein 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 ich bin was aber da müssen wir doch Schluss also pistolen umlegen habt ihr gehört ich habe keine wenn ihr keine habt dann wartet wenn ihr ganz wenig energie habt dann lasst ihr mich unter der fabi mit der pistole schießen yo nö ich habe keine nur die von level 11 das das übelstärkt dann schon da unten immerhin gibt es schon mal ne immerhin gibt es schon mal Automaten hier echt? ah ja tatsächlich ach ihr macht euch immer so dick vor den Dinger ich komm da jetzt gar nicht dran weißt du warum weil ich so breit bin lass mich wissen wenn dir etwas ist ich bin klein deswegen spring ich auf dich jetzt drauf und tot? ah das kriege ich wieder hin was ist das denn? ach guck mal hier ist ein klassen mod klasse sirene erforderlich herzlich willkommen wo? bei was? bei dem Doktor jederzeit wieder was kann das? hey das ist ja gerne wo steht das? ah ganz oben ja äh feuerrader bis zu elf prozent hey cool willst du es kaufen? ich kauf's mal hey da hat jemand das Angebot des Tages gekauft was hat jemand da hat echt jemand das Angebot des Tages gekauft ohne die anderen zu fragen ach so ja tut mir leid mein Schild war doch extrem schlecht das geht aber gar nicht ja Fabi das ist echt so gemein das ist der echte Hand kann ich euch mal sagen was man alles Schildfände in Wertung hatte? das ist ja geil das eine Schild finde ich geil irgendwie okay fügt Nahkampfangriffen Elektroschaden Spike Schaden zu Chance bei Feinden Elektroschaden zu verursachen Schock Spike Schaden kann betroffenen Feinden einen Stromschlag versetzen cool hm ich glaub ich hol mir den ich glaub ich hol mir den hol Qualität niedrige Preise und ich stelle keine Frage was holst du dir? das ist eine Schild äh Inferior Shock Spike Shield okay das gefällt mir irgendwie das mit dem Elektroschaden und so ja ist ganz cool ja ist ganz cool okay ich hab's mal drin alle da? ja ja nein noch nicht aber jetzt oh ein paar Spinde zum ausräumen sehr gut was ist denn das? wow was hast du? das Schild ist glaub auch nicht schlecht schaut euch mal an fügt Nahkampf äh Angriffen Elektroschaden ja toll genau das hab ich mir jetzt gekauft ne alter alter schulde guck mal da auf den Tisch was da liegt ne aber nicht das oder? guck mal da auf den Tisch und ne Pizza ne nicht genau das aber ähm ja da bin ich auch wer hat mehr? ich hab 32 Millionen ich glaub ich hab 700 Millionen Milliarden Milliarden ich hab 500 ich hab 720 eh wo bin ich? ich hab 32 Milliarden ich bin glaub da ab ich hab 5 Milliarden na da drüge na toll und ich bin nicht drauf nein ich kenn niemand du bist die Pizza ich bin die Pizza doch du bist ja auch an der Wand 99 Milliarden ne wau mal mit 99 Cent oder irgendwie sowas ja also hier die Maya ist am teuersten ne? ja die kostet halt wenn du die willst oh je die die sind sehr teuer du teuer die würd ich nie kaufen deine Sirene ey also du kannst das Schild ruhig nehmen das haben wir ne äh Fabi wo bist du schon wieder? ja ja ich guck nur durch den Vorhang hier durch und schau was sie da im Vorhang schau doch mal das Schild an das wär doch mal was für dich Mann ich hab mir doch eh das Angebot des Tages gekauft ja aber das ist vielleicht besser weil das macht Nahkampfschaden aber das hat ein relativ hoher das hat echt ne hohe Kapazität das hat echt ne hohe Kapazität wieso habt ihr alle ein besseres oder wie? ich hab mir fast genau dasselbe geholt eigentlich nix ja wenn's keiner will kann ich's nehmen ja nimm's einfach ja Mann 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 gleich die saß das Sieg gell ja what er geht einfach durch die Tür und kriegt Level Aufstiege ja das wie sie es gehört im Moment das gehe ich jetzt auch gleich ja und zwar in der nächsten Punkt nochmal Heilung 5 Heilungsorbs dumm so ähm da unten stehen die ersten Gegner ja jetzt lass erstmal mit Bedacht vorgehen lass mal hier links bleiben und dann von oben da vorne ist noch einer ein Nomade süß ich will die Snipern da muss mir nur jemand was sagen nein nein nix Snipern sag mal wer den Ehren greift ich hebe ihn hoch halt still jetzt greifen uns die unten an ey lass die unten mal links liegen lass hochgehen die kommen ja nicht hoch die greifen uns aber an ja dann greifen die uns aber nicht ich hebe die Behälter sehr gut ich hebe die Behälter sehr gut da geht was auf da kommt was da kommt was er kommt da auf die Ziele wo 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 ich mach dem Psycho Badass-Fan oh verdammt oh verdammt oh ich bin eh oh alter hat der einen Schlag drauf oh der hat mich blockiert super ich kann ja auch nicht wissen dass du gleich hier hinten runter wenscht was ich hab dich blockiert wo dein Geschütz hat mich blockiert beim rückwärtslaufen so mach der nach der 7 fertig oh das ist ja schon der also Pistole kill ne ja ja deswegen schieß ich ja nicht ich hab keine boah ich hab kaum noch Energie schießt doch jeder mit der Pistole ich hab eine Ritter wahrscheinlich nicht tot ich hab keine ihr beide schießt ihr seid die Einzigen die hier jetzt haben ich will ihn gern mal hochheben oder ja super jetzt gleich Jetzt gleich. Sehr schön. Irgendwie hat das aber nicht funktioniert mit der Pistole. Obwohl ich eine hatte. Ich hab nicht mehr geschossen. Ich hab auch nicht geschossen. Da haben wir das Ding. Na schön, ihr hirnlosen Knarren-Tiger. Eure Suche gilt einer heißen... Sniper-Rifle. Einer Serien-Alto. Ihr Name ist Lilith. Oh, was? Ich bin überzeugt, dass sie sich in der Nähe von Sanctuary verkrochen hat. Wenn ihr sie seht und mir davon berichtet, mache ich euch so reich, dass ihr euch eine große Villa bauen könnt. Aus anderen... kleineren Wilden. Ende. Lilith. Die ist Sirene aus dem ersten Teil, ne? Gut möglich. Jetzt, warte mal, lass die mal hier runter nochmal gehen. Oh Gott! Da kommt was. Ich glaube so. Da kommt was. Wow, wow, wow! Wo ist das denn zu Packen läuft, ihr? Ja. Ein brennender Psycho. So. So. Kriegst Ari an, ja. Summer. So. 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 Und jetzt ist's... Alter, wer war das? Der wär wohl. Verflucht das Scheiße. Alter. Ich danke dir. Ah, und was brennt denn aus? Oh, er muss defensiver bleiben Ich bin da Fuck, 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 fuck Okay, danke Shit, ich weiß, was brauchst du denn? Einmal in defensiver Lange Energie Sehr schön Vorsicht, 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 Vorsicht Oh, Mann, ey Ich glaube, das war's, jetzt lassen wir nochmal da runter gehen, oder? Ich glaube, man kommt automatisch da runter, kann das sein Da runter Freigelaufen Ja, da war doch bestimmt auch noch was, oder? Hups Hui Oh, ich will da rein Hm Ah, können wir wieder hoch Gehen wir oben weiter Das Licht, es verwirrt mich Gehe nicht in das Licht Nee So Oh Was, 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 was ist das? Oh, Mann Oh, Mann, ey Oh, Mann, ey Oh, Scheiße Ah, verflucht Den müssen wir mit einem Sniper hochlegen Nein Als erstes mal so ein bisschen drauf schießen, dachte Ja, erstmal runterschießen, wahrscheinlich nur den letzten Schuss haben Oh, scheiß Granaden Geht's einigermaßen Sniper, Sniper Vielen Dank Ey, ich komm dich hoch, ey, was ist los? Alter, was ist das? Was geht eigentlich? Oh, fuck Besucht euch in Deckung zu robben Arne, du halt, äh, heilsch dann gleich den Ray Nicht den Arnold Alter Ach, gibt's das? Können wir ihn auch so töten, ohne Sniper? Ja, das muss ja noch der letzte Schuss sein Da sind immer diese Scheiße Ihr müsst die Selbstmordattentäter töten Nicht nur den Kerl Weil die Attentäter, die gehen so übel ab Ist mir schon klar, aber wenn ich auf dem Boden lege, kann ich mich nicht mehr töten Dann kann ich dann erstens nix sehen Ja, der werft halt gerade Taten, ne? Wo ist er denn? Der steht da So, gleich muss Sniper So, Sniper, Sniper, Sniper Der Sniper hinten Hab ich Na, das klappt irgendwie nicht, die Bonus Hier liegt auf jeden Fall ne blaue Waffe, ne blaue Shotgun Oh, yeah Ne blaue Pumpe, Arnold Für dich Jo, die nehm ich mal auf jeden Fall mal mit Ich nehm das mal auf, ne? Ja Oh mama mia Gerade fällt mir ein, dass ihr Trottel alle drauf geht, wenn ich euch nicht warne Alle Sniperen sind von Geburt an Mit unterschiedlichen unvorstellbaren Kräften ausgestattet Ihr könnt sie nicht, ich wiederhole, nicht besiegen Wenn ihr Lilith seht, meldet ihr es mir sofort Ich kann es mit ihr aufnehmen, ihr nicht Ich ja, ihr nein Ich traue dir nicht Die Tränen sind unbesiegbar Aber die stirbt bei uns irgendwie so oft Ja, komm Ich bin ja auch nicht die Lilith Ich bin ja die Mar Maja Aber ich bin ja auch noch nicht voll, äh, entwickelt Achso Ich bin aus dem, äh, zieht ihr mich runter Ich glaube wir müssen hier Ah, jetzt genau